Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trolles on Tour spielen Portal 2, heute mit Kommandant Corps und seinen Space Marines. Die Space Marines bestehen leider heute nur aus dem kleinen Krutor. Sag mal hallo Krutor. Hallo Krutor. Ah, sehr schön. Ich sehe, wir verstehen uns. Und wir haben wieder eine Custom Map ausgesucht, die wir vorher noch nie gespielt haben. Wir probieren die aus und ich sehe schon, wir sind überfordert. Hier wird man hochgejagt. Ich gehe mal hoch. Und wie irre hat. Guck du dir mal unten an. Habe ich doch schon gesagt, der Kommandant Corps, ja? Oh, hier gehen Laser aus. Ups, das war knapp. Bist du auch durchgekommen? Was ist denn das für eine Map? Ja, ich bin durchgekommen. Halleluja, was ist... Halleluja. Darf ich raten? Ich glaube, du treibst nicht... Nein! Ja, ich Brillkäse. Du bist Grillkäse. Grillkäse. Du wolltest irgendwas gesagt haben. Ja, geh mal wieder hoch. Ich denke mal, du musst in deiner Kammer was machen, dann kann ich in meiner was machen und so. Sach bloß. Also, ich weiß gar nicht, du bist über mir, ne? Ja. Eine Etage höher. Bei dir müsste jetzt irgendwo angegangen sein. Guck. Äh. Du bist bis nach hier oben explodiert. Was ist passiert? Die Einzelteile flogen bis zu dir. Sehr schön. Ja, hier brennst du sogar noch. Schön. Unglaublich. Ach. So. Hier muss auf jeden Fall ne Kugel reingesetzt werden bei mir. Also, ich drück jetzt hier mal nen Button. Dann passiert bei dir irgendwas. Drück du mal nen Button. Genau, dann drück ich auch nen Button und dann, äh, sind schon mal zwei Button an. Wenn ich runtergehe? Ah, hier ist, hier ist so ein, ähm. Ja, kannst du das nochmal machen? Genau, wenn du drauf gehst, äh, das brauchen wir erst später. Den Knopf da oben. Ich weiß nicht, du kannst ja mal Tab drücken und mal gucken, dann siehst du, was hier ist. Also, ich hätte gerne, ach, das ist auch so ein Auflöse-Ding. Ja, das Auflöse-Ding löst sich bei mir auf, oben. Wenn du auf deinen Knopf drückst. Was passiert, wenn ich auf meinen Deal, ach so, das verschwindet. Das hatten wir doch eben schon mal. Hey, cool. Kann ich, kann ich deine Einzelteile mitnehmen? Nein, schade. Och, Mann. Hier liegt dein Kopf rum. Ekelhaft. Lass meinen Kopf liegen. Nein, der ist, äh, so cool runter. Kann man, kann man Fußball spielen? Ach, da ist ein Würfel. Bleib nochmal drauf. Wow, Laser. Bleib bitte, stell dich bitte nochmal auf das, was du eben gemacht hast. Hier sind zwei Würfel. Ich schmeiß ich mir mal kurz raus. Ja, das hab ich mir auch so gedacht. Aber was ich interessant erfinde ist, dieser hier. Was können wir denn mit den Würfeln machen? Einen stell ich mal hier drauf. Damit kannst du... Äh, Portalfläche? Äh, Portalfläche? Kannst du mal die Wand gucken bei dir? Ja, kann ich. Welche Wand? Meine sind toller, besser, schöner. Und dann aktivieren wir nochmal das andere, weil es so viel Spaß macht. So. Jetzt haben wir... Dass ich hier nur eins aktivieren kann. Das geht nach... Ja. Wir haben aber immer noch nicht diese komischen, äh... Du hast bei dir... Dinger aktiviert. ...weiteren... Irgendwie ein Strahl oder so, oder... Laser hab ich hier, der auf mich... Oh, warte mal, mach das von eben nochmal. Was ist das von eben? Ich hab nix gemacht. Warum jagst du dich schon wieder in die Luft? Hey, diesmal bin ich aus Versehen raus, Schere laufen. Aus Versehen nennt man das heutzutage. Nur weil du das grad nicht machen kannst. Du bist doch nur neidisch. Aber sowas von. Aber... Warte mal, das... Ich glaub, man kann den Laser hier irgendwie runterschießen. Deswegen sind die Teile, ähm, hoch und runter geklappt. Aber da brauchen wir irgendwas, was Laser reflektieren kann. Ich hab hier was, was Laser reflektieren kann. Kannst du das irgendwie nach oben schicken? Zu dir? Äh... Ich hätt das gern. Du kannst es doch auch auf diesen Sprungdingern schmeißen. Ja, genau, genau, genau. Dann kommt das mal hier oben. Ja, du musst das hier erstmal wegmachen. Ich bin doch schon dabei. Da. Da, nimm ihn. Da ist er. Sehr schön. So, dann schieße ich den nämlich da rein. Mach hier einmal ein Portal. Ah, einmal ein Portal. Dann bekommst du da unten ein Laser. Ja, aber ich kriege... Jetzt nur die Frage, was du damit machen kannst. Warte, kann ich... Kann ich... Wenn ich hier schräg springe... Ähm, kannst du nochmal den Schild wegmachen? Ja, ach, Mann. Unglaublich. Ich hab mich mal wieder zerlegt, ne? Ja, ich seh's. Du bist wieder bis nach hier oben geflogen. Ja, nee, ich hatte versucht, da... die nötige Höhe zu erreichen, aber... das kann ich mir wohl abschminken. Weil, du weißt, ich bin zu klein für das hier. Drück mal, Tapp, dann siehst du, was ich mein. Okay. Ähm... Kannst du hier durchschießen? Also durch das Gitter nach unten? Auf die Portalflächen? Wohin denn? Auf die weißen? Auf die Portalfläche? Nein. Nein. Nein, da komm ich nicht dran. Warte, ich mach mal so viel oben drauf, dass ich, äh... Dass das automatisch zugleibt. Ich glaub, ich hab schon den Weg gefunden. Ja? Äh, Tatsache. Ich seh nämlich, dass du da... Ja, ich bin auf dem Rufel gestorben. Und was hast du jetzt damit aktiviert? Ich habe damit aktiviert. Ah, da hinten. Was ist jetzt angegangen? Ach, bei mir hast du oben. Ah, sehr schön. Dann jetzt mal bitte nichts rücken. So, ich hab meinen Würfel oben reingesetzt. Damit wird das bei mir aktiv. Ähm... Welchen kann ich jetzt ausmenschalten? Den hier? Ja, den kannst du ausmachen. Das ist nämlich nur für diese Zerstörungswende. Du hast bei dir so ein Anti-Shield-Dings. Kannst du da mal drauf gehen? Äh, jawohl. So, damit ist was passiert? Ich hab keine Ahnung. Oh, bei mir ist eine Kugel runtergefallen. Die kann ich jetzt hier oben reinsetzen. Und dann passiert genau was. Warte, wahrscheinlich müssen die beide weg. Dann gehen da oben die Laser weg. Und hier geht ein Weg hoch. Ja, hier ist eine Leiter hochgegangen. Also eine Treppe automatisch. Und? Ich glaub, wir haben die Map gelöst. Wir haben es geschafft. Weheey. Und das in der kurzen Zeit, ohne viel nachdenken. Das ist... Tatsache. Oder kommt jetzt der nächste Raum? Ich hab schon Panik. Der nächste Raum kommt... Ach, doch nicht. Für unsere Verhältnisse waren wir schnell. Danke schön. Für unsere Verhältnisse waren wir langsam. Das können wir schneller. Wir schaffen solche Maps auch in 5 Minuten. Wie man gesehen hat. Natürlich. Bleiben Sie dran. Siehe, anderes Video. Richtig. Okay, dann würde ich wieder sagen, war eine sehr schöne Map. Hat Spaß gemacht. Ist ein guter Start gewesen. Für uns natürlich viel zu einfach. Also da muss schon mehr kommen. Aber ich würde sagen, von mir aus vielen Dank fürs Zuschauen. Dem schließe ich mich an. Wollte gerade sagen, seid damit bitte ein bisschen höflicher. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.